halli hallo hallöchen und einen wunderschönen guten abend mittwoch mitten in der woche na ihr so neue folge neues glück da haben wir uns mal so ein probeessen eingepackt da haben unser schild und wir brauchen kuba muss ich aber noch mal gucken mit kupfer oder brauchen wir hast nein halt quatsch was ist doch absoluter quatsch aber nein ja was heißt quatsch ist es nicht dann stellen wir dann die voraussetzung habe ich keine 25 edelholz normal habe ich die ich glaube die haben wir hier hinten hingelagert ja so dann knallen wir uns noch schnell das ding hin dann kümmern wir uns um den fermenter so dann haben wir schon schmiede stufe 5 das funktioniert soweit doch mal ein bisschen aus der übung gerade du darfst du keinem erzählen wir wollten den hier ja wir müssen branche das heißt ich brauche wir brauchen youtube wir brauchen sinn schauen wir mal kurz wo hatten wir denn wo waren wir denn da hatte ich abgebaut ungefähr das genau also dann wie gesagt kümmern wir uns um den fermenter gucken dass wir an die frost reingekommen was denn hier passiert das lassen wir jetzt mal alles eigentlich links liegen weil wir wollen nur zinn besorgen gar nicht gesehen die sau gut vielleicht kann man immer gebrauch nehmen wir mit gerade schwein fehlt uns sowieso oder war zu kurz er kommt her was ist mit schwer heute los youtube hilfe jetzt genau dann ja moin da wollte ich hin wer nervt du nervst süß was schwimmt denn da ein hai ok bin weg habe ich keine lust so 12 uhr mittag also wir können erst mal ein bisschen arbeiten besorgen wir uns zinn und genau und wie war euer wochenstart so wie war euer montag dienstag erzählt schreibt gerne mal was die kommentare habt ihr es auch so seltsam warm schwül nass kalt wie hier wie bei uns na hier ist ja eine richtige zinnquelle was ist denn hier los sind wir dann okay das machen wir mal weg das ist echt quatsch so das nehmen wir mit wo sind wir dann naja wir haben noch 200 kilo hoppla tschuldigung bin noch nicht so ganz wach noch ein bisschen müde oh ja ja moin leben sooo ok kurz mal noch ein droll licht deswegen sind wir aber nicht da zinn zinn ich will zinn darfst ruhig ein bisschen näher ähm ach Leute nervt mich doch nicht ich bin doch nur am zinnfarm hm oh geil war knapp ja bitte kommen sie alle her kommen sie alle her bin da noch jemand ohne fahrschein oder ähm ernsthaft gut ähm zinn äh du darfst leben du bist für mich gerade nicht relevant ok sauber scheiß schalecht oh oh enten weg ähm tschuldigung federn enten geben fehler absolut nachvollziehbar wir haben es 13 uhr platsch du bist nass sachen gibt's da ist gerade krankenwagen vorbeigeflitzt ich hoffe das war jetzt nicht zu arg in der aufnahme zu hören ich denke aber mal nicht bis zum schau ja schau das ist schau schau Ach stimmt, wir haben ja unseren lautlosen Bogen. Den haben wir noch gar nicht so richtig getestet, gell? So, wie ist denn die Sachlage? Das haben wir getestet. Auf den einen Knochen kommt es nicht drauf an und auf das Harz auch nicht. Also, ich würde sagen, so eins oder zwei sind vorkommen, können wir noch mitnehmen und dann Ja. Eins nehmen wir noch mit, das reicht dann erstmal, dass wir, ah hier. Die gerufen. Ja, ja. Ja, beruhig dich. Mann, 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 Herr. Ich bin wirklich noch nicht so wach, merke ich gerade. Ich bin noch total am schnarchen. Waren wir da schon drin? Natürlich waren wir da schon drin. Laut der Karte zumindest. Ja. Nerv mich ein andermal. Ich muss jetzt erstmal heme. Ich glaube, der ist noch hinter uns her. Bin mir aber nicht so sicher. Klappe. Ja, bis du kommst. Sorry, ey. Bin ich schon weg. Ah! Ich will dich haben. Ich will dich haben. Ich kann dich nicht mehr tragen. Nein! Au. Du Sack, Alter. Hast du die Chance jetzt genutzt, ne? Du Pisser. Nein! Das gibt's ja wohl nicht. Ach, Leute. Was wollt ihr denn von mir? Ihr wisst schon. Sag mal. Ist jetzt fertig, mich zu nerven? Och, nee. Ich will auf jeden Fall. Ich hätte schon gern das Leder. So. Passt. Damit kann ich leben. Haben wir nicht so viel Wertvolles zerstört. Und... Essen mussten wir sowieso. Oh. Hey, Leute. Los jetzt. Lasst mich jetzt in Ruhe. Oh. Oh, Mann. Muss ich mir gleich holen. Machen wir uns ne Markierung. Hier, so. End. Reste. Ähm. Ja. Danke. Meinen Sperr will ich trotzdem. So. Und dann holen wir uns gleich die Reste. Vielleicht. Vielleicht lassen wir es auch. Obwohl, da liegen auch Fälle, ne? Das ist eigentlich gar nicht so... verkehrt. Ich kann jetzt nicht. Och, Mann. So viele Tiere. So viele Fälle. Oh, jo. Nervt mich net. Und dann holen wir uns noch schnell die Reste. Und dann holen wir uns im Dunkeln noch schnell die Reste. Das haben wir auch. Das ist super. Da gehen wir mal das machen. Dafür haben wir nix. Dafür haben wir das. Haben wir das. Da haben wir nix. In unserem Knochen... Da sind die Knochen. Da hinten müsste das Geld sein. Was haben wir noch? Fläsch. Da haben wir noch Fläsch. Ähm... Ja, die Reste sammeln wir uns am nächsten Tag auf. Oder wenn wir das nächste Mal da vorbeilaufen. Hier müsste noch ein bisschen was rumfahren. Das nehmen wir mit. Hier so in der Nähe. Immer mal nach dem Schiff gucken. Ja? Dass da alles ganz ist. Und dann... Oh. Ja. Hat er ja gut gemacht. Immer mal ne Runde pennen. Klappe zu. Affe tot. Einmal alles reparieren. Gute Nacht. Um acht. Guten Morgen. Na? Wir erst mal ne Runde grillen. Irgendwas greift irgendwas an. Moment. Sag mal. Da hilft uns irgendjemand beim Schiff abbauen. So viel Zeit muss sein. So. Komm mal. Kann ich dir helfen, du Spacken? Lass es. Komm hier her. Lass mich hier raus. Komm hier her, du Spacken. Wo bist du? Feige Drecksau. Komm mal her da hinten. Ich sehe dich. Ich sehe deine Flosse, du Sack. Pisser. Ähm. So. Jetzt haben wir dem Hai alles an den Kopf geschmissen, was mir einfällt. Harz brauchen wir. Nee, der. Gut. Dann müssen wir jetzt mal warten, bis wir die ein bisschen Bronze zusammenkriechen. Wieso wird es hier eigentlich hell? Haben wir zu gut geschlafen, oder was? Ui, das wird noch dauern, dass das Zeug drankommt. Haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Ja. Haben wir denn noch? Okay. Aber. Der kriegt ja dann die Kohle hier nicht, der Sack. Haben wir noch? Ja. War. Gefällt mir. Will das schon so ein bisschen überstehend haben, bitte? Perfekt. Dann schnappoliert der sich nämlich jetzt das hier. Richtig. Honig. Da haben wir drin. 100 Stück. Passt. Okay. Dann. Was haben wir denn hier? Was können wir denn aufwerten? Nix mehr, ne? Wir brauchen Stufe 5. Was ist denn nochmal? Was ist denn nochmal Stufe 5 Werkband? Da müssen wir ein bisschen weitermachen. Na gut. Ja, wir haben halt 0,0 Bären. Gar nichts im Moment. Wir müssen jetzt wirklich mal auf die Bronze warten. Ach ja, YouTube. Wollen wir uns mal irgendwas probieren? Boah, die kostet halt 30. Schettine. Ich weiß nicht, ob ich so lange oder so oft Schlange holen werde. Aber ich werde auch kein Messer benutzen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das überlege ich mir noch, ob wir das wirklich brauchen. Okay. Das arbeitet. Uh. Was ist denn heute los hier? Was haben wir hier? Aufwertung. Das brauchen wir nicht, sondern... Ja. 5... Imi-Fleisch. Wo ist mein... Warum? Hä? Hab ich doch. Äh? Wo sind unser... Hatten wir nicht? Hatten wir nicht? Hatten wir nicht hier Meierfleisch? Nein? So. Hä? Ich bin verwirrt. Okay. Also. Was haben wir denn an Erweiterungen? 20 Nägel und Kernholz bräuchten wir sowieso. 20 Nägel und Kernholz. Dann... Bringen wir kurz, räumen wir mal ein bisschen auf. Wir nehmen das mit, das mit. Wir gehen kurz zum Händler-YouTube. Gucken mal, was wir an Kohle haben. Dann holen wir uns halt noch mal das Fleisch. Oder so ähnlich. Bin stark verwirrt. Ich meine, wir hätten uns das schon geholt. Na gut. Na, Rehatz? Guck. Gute Lache. Haben wir eigentlich schon Gürtel? Einen Gürtel haben wir schon. Ja. Gut. Ähm. So, junger Mann. Zeigen Sie mal. Und zwei. Nö, haben wir noch nicht. Was ist eigentlich das? Na. Okay. Das passt soweit. Dann haben wir umgetauscht, haben Geld. Guck mal, das nehmen wir gleich mit. Mit. Hier ist gerade ein Bogen, äh, ein Bogen um mich geflogen, genau. Hier ist gerade ein Pfeil um meinen Arsch geflogen. Interessant. Also dieses schlechte Wetter geht mir gerade tierisch auf die Nerven. Und wir haben es erst 10 Uhr in der Früh. Das ist wieder nicht gerade sonderlich produktiv, was ich hier an den Tag lege, muss ich mal so gestehen. Äh, so. Jetzt habe ich das Geld wieder mitgenommen. Oh. Oh mein Gott. Dunkel war es, der Mond schint helle. Also YouTube. Ich mache hier mal kurz Pause. Ähm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Folge war nicht arg viel los. Äh, in der nächsten Folge denke ich, dass wir dann wirklich... Oder haben wir vielleicht noch? Komm, wir gucken mal schnell. Nöp. Nöp. Nehmen wir hier mal die Gekohle mit. Nöp. Nöp. So, dann kann der auch arbeiten. Jetzt gucke ich mal noch schnell. Baue ich dem auch noch eine Kiste hin. Dann kriegt der hier... ...seine Kohle rin. Dann kann der sich davon selber ernähren. Perfekt. Okay. Also, wie gesagt. Ich hoffe, dass wir es dann in der nächsten Folge hinbekommen, den Fermenter wirklich hinzustellen, dass wir dann in... ...ja, in Richtung Gebierge kommen. Denn aktuell... ...weißen brauche ich nicht, denke ich. Bis jetzt. Wir brauchen vielleicht noch eine andere Spitzhacke. Sollten wir uns gleich noch machen, damit, wenn wir dann im Gebierge sind... ...viele... ...opla, Entschuldigung. Ähm. Ja. Was, wenn wir vielleicht im Gebierge sind und Glück haben, wir vielleicht, äh... ...Obsidian schon mal abbauen können. Wir werden gucken, wie wir es machen. Also, YouTube, ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend. Je nachdem, was ihr das Video schaut. Bleibt gesund. Schönen Mittwochabend. Und... ...bis dahin. Wir hören uns. Ciao, ciao.